Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und heute teste ich etwas ganz besonderes und zwar das Ramadan-Fasten. Yunus von den Datteltätern kam vor ein paar Tagen auf mich zu und hat gefragt, Vanessa, möchtest du nicht Ramadan-Fasten ausprobieren? Und ich sagte, ja, warum nicht? Ich mache jetzt nicht die komplette Ramadan-Zeit mit, sondern nur vier Tage, aber die dann auch richtig. Ich habe hier sogar eine Liste mit Regeln bekommen, an die ich mich halten muss. Während der Fastenzeit kein Essen, kein Trinken, keine Zigaretten, kein Kaugummi oder sonstige Konsummittel und kein Geschlechtsverkehr. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Fünfmal am Tag muss ich mir fünf Minuten Zeit nehmen und beten oder meditieren oder daran denken, wofür ich zum Beispiel dankbar bin. Oder mich über den Ramadan informieren. Eine weitere wichtige Regel für die Fastenzeit, Streit vermeiden und nicht schlecht über andere reden. Und die Vorsichtsmaßnahmen sind auch ganz wichtig. Bei Übelkeit und Kreislaufproblemen muss man abbrechen. Wenn man krank ist, wenn man die Periode hat oder wenn man anfängt, sich zu übergeben, dann muss man es abbrechen, weil das soll man ja auch nicht. Man soll seiner Gesundheit ja nicht schaden. Im... dem Glauben zur Fastenzeit. Bei Ramadan. Und es gibt sogar ein paar Aufgaben. Ich soll alles vloggen. In den nächsten vier Tagen muss ich mindestens einmal einen Bedürftigen ernährt haben. Und eine Aufgabe, die mir wirklich schwerfallen wird, ich soll mich mit Freunden treffen zum Essen und nicht essen. Ich glaube, mit dieser Aufgabe will er mich auch einfach nur ärgern. Und bevor ihr mir jetzt die nächsten Minuten beim Hungern zuschauen könnt, wollte ich euch noch ganz kurz die Zeiten sagen. Bis morgen früh um 2.36 Uhr darf ich noch essen und trinken. Ab 2.36 Uhr muss ich die erste Meditation machen. Um 13.06 Uhr ungefähr kommt das nächste Gebet. 17.29 Uhr das nächste Gebet. 21.25 Uhr darf man dann Fasten brechen. Natürlich wieder verbunden mit einem Gebet. Und dann nochmal um 23.21 Uhr nochmal darüber nachdenken, worüber ich nicht alles so dankbar bin. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer lasstet die Hungerspiele beginnen. Es ist gerade 2.25 Uhr. 18 Stunden nichts essen. Ich will noch Zähne putzen, bevor es losgeht, denn die richtigen Pros, die putzen sich nämlich vorher die Zähne, weil man ja auch keinen guten Geschmack im Mund haben darf. Und es ist 2.36 Uhr. Es geht los. Erster Morgen, an dem ich nicht frühstücke. Und ich denke jetzt schon die ganze Zeit ans Abendessen. Ja, und ich habe eine Schönheitsmaske auf. Weil ich beautiful bin. So, es ist jetzt mittlerweile halb drei und ich bekomme wirklich Hunger. Ich denke ganze Zeit darüber nach, was ich gerne essen würde. Durst habe ich noch nicht so. Es ist wirklich Appetit auf Fett, auf Pommes mit Mayo. Es ist jetzt 9 Uhr und in 25 Minuten darf ich wieder was trinken und was essen. Und oh mein Gott. Es war ein ganz schön harter erster Tag. Bis so zur Hälfte ging es noch. Da habe ich gedacht, okay, das hält man aus. Das ist ja, halt nicht essen, nicht trinken. Aber so ab 16 Uhr, da geht es schon los. Der erste Schluck Wasser. Ich war gerade essen und ich habe es aber vergessen zu filmen, weil ich einfach nur den Teller bekommen habe und reingehauen habe. Essen ist plötzlich das Beste auf der Welt. Jetzt nehmen wir uns mal fünf Minuten Zeit, um über den Ramadan zu lernen. Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime und neunter Monat des islamischen Mondkalenders. In ihm wurde nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt. Im neunten Monat? Das ist ja wie bei einer schwangeren Frau. Neun Monate hat der Koran gebraucht. Ich mache mir nicht über den Koran lustig, ja. Ich mache nur blöde Witze, die nicht witzig sind. Drei Stunden lang darf ich noch essen und trinken. Das Einzige, was mich gerade wirklich nervt, ist, dass ich nicht ins Bett gehen kann, obwohl es irgendwie 10 vor 2 ist. Weil ich will nicht ins Bett gehen, um eine halbe Stunde wieder aufzustehen. Ich habe ganz vergessen zu sagen, dass ich jetzt natürlich mehr Gedanken darüber mache, worüber ich dankbar bin. Es ist gerade mal 14.37 Uhr und mein Magen knurrt wie Sau. Ich kann einfach nicht mehr. Wie gern würde ich dich gerade essen. Lecker. Oh, aber noch ein bisschen heiß. Hashtag Foodporn. Für ein YouTube-Video musste ich gerade dieses saure Zeug in den Mund nehmen. Und jetzt gehe ich ausspucken, weil ich es nicht geschluckt habe. Wie ein vorbildlicher Ramadan-Mensch. Das war gerade echt hart. Das war ein guter Geschmack im Mund. Aber ich habe es nicht runtergeschluckt. Ich glaube, es hat aber schon Regeln gebrochen. Ich weiß es nicht. Younes, bin ich immer noch im Game? Ich habe eine neue Erkenntnis, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich bin so motiviert, Dinge zu tun, die ich sonst die ganze Zeit liegen gelassen habe. Ich habe heute meine Bettwäsche gewaschen und das Bett neu bezogen. Ich habe an unserem Briefkasten unsere Namensschilder endlich dran gemacht, weil unser Hausmeister das nicht hinbekommt. Ich habe Wäsche gewaschen. Ich habe den Papiermüll runtergebracht. Ich habe ein Video gedreht. Ich habe sogar heute Morgen kurz Sport gemacht. Vielleicht hat man einfach zu viel Zeit. Weil die ganze Zeit, in der ich nicht esse, mache ich halt anderen Kram. Aber gut, ich habe alles geschafft, was ich heute schaffen wollte. Ich mache den Fehler und schaue jemand anderem beim Essen zu. Ich hatte gerade die allerbeste Idee. Es ist nämlich gerade 8 Uhr und ich habe noch eineinhalb Stunden Zeit, bis ich Fasten brechen darf. Und jetzt gehe ich kurz zum Späti und hole mir Schokolade. Es ist jetzt 20 Uhr 47. Noch 45 Minuten. Und meine Mitbewohnerin backt mir einen Kuchen. Backe, backe Kuchen. Ramadan hat gerufen. 21 Uhr 26. Der erste Schluck. Und die leckerste Dattel der Welt. Mein Essen kam auch pünktlich zum Fastenbrechen. Meditieren. Ich glaube, ich muss meine Hose aufmachen. Ah, das ist Meditation. Gleich gibt es Kuchen. Halleluja. Viertel nach zwölf. Ich bin schon wieder so müde. Aber ich möchte nicht schlafen gehen und dann in zwei Stunden wieder aufwachen. Und vor allem könnte ich die ganze Zeit was essen. Ramadan ist anstrengend. Vergangenheits Vanessa hat gut vorgesorgt. Meine neue Erfindung. Karamell mit Tortilla Chip. Süß und salzig geht immer. Ich habe jetzt eine Ramadan Hose. Die muss ich jeden Tag ab 21 Uhr 26 anziehen. Und vor dem Schlafengehen gibt es natürlich noch unser kleines Gebet. Und dieses Mal bete ich wirklich. Also das Gebet, was ich in meiner Kirche gelernt habe. Vater unserem Himmel, geheiligt wäre dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich muss eine Regel brechen. Ich muss mir die Zähne putzen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte so einen schlechten Geschmack im Mund. Deswegen, ich versuche nichts zu schlucken. Eine Sache noch. Ich bin heute auch mit Kopfschmerzen aufgewacht. Und ich weiß nicht, ob ich im Laufe des Tages nicht eine Tablette nehmen werde, wenn das nicht weggeht. Aber ich versuche erst mal darüber selber hinweg zu kommen. Heute ist der allererste Tag, an dem ich unter Menschen bin. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das genauso locker alles durchziehe wie zu Hause. Wo mich keiner ablenken kann mit Essen und Trinken. Das ist so eine Qual. Von Subway auch noch. Kekse. Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Guten Appetit. Mittagessen. Das kann Mailand sogar heißen. Ich war mir nicht heute. Die erste Challenge habe ich bestanden. Mittagessen mit Menschen und dabei nichts essen. Ich habe es gut gemacht, oder? Ich habe nur ein ganz bisschen gesabbert. Ich informiere mich jetzt. Fünf Minuten über den Ramadan. Auf islam.de, meine neue Lieblingsseite. Der Glaube wird durch die Tat gestärkt. Oft wird abends eine warme Mahlzeit zubereitet, aber viele genießen eher die Atmosphäre des Fastenmonats und das Zusammensein mit der Familie und den Freunden und legen weniger Wert auf die Speisen. Ich lege sehr viel Wert auf die Speisen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass meine Familie nicht bei mir ist und mit mir erfasst. Deswegen ist Essen Prio number one. Ein Wunder ist geschehen. Die Sonne ist rausgekommen und meine Kopfschmerzen sind einfach weggegangen. Von selbst. Ich habe keinen Schluck getrunken, nichts gegessen. Ich weiß nicht, was mein Körper getan hat, aber er hat sich selbst geheilt. Sehr gut. Ich war einkaufen. Und das ist ja der größte Fehler, den du machen kannst. Hungrig einkaufen. Ich habe mich aber gut zurückgehalten. 21.27 Uhr. Wieder mal einen Tag geschafft. Fasten brechen. Das Fasten brechen wird gewöhnlich mit einer Dattel oder einem Schluck Wasser durchgeführt, während das folgende vom Propheten Mohammed überlieferte Bittgebet gesprochen wird. Oh Allah, um deinetwillen habe ich gefastet und an dich geglaubt und mit deiner Versorgung breche ich das Fass im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Gnädigen. Danke Allah. Jetzt mache ich mir, glaube ich, Gedanken darüber, wofür ich dankbar bin. Mir ist echt aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, wofür ich dankbar bin, kamen jedes Mal Sachen dazu und ich bin dann so im Gedanken und denke mir dann, ach ja, stimmt, dafür bin ich auch saudankbar. Und das finde ich ganz gut. Das werde ich vielleicht sogar nach dem Ramadan-Experiment noch weitermachen. Sich irgendwie jeden Tag fünf Minuten nehmen und darüber nachdenken, wofür man dankbar ist. Ich denke, ich bin dankbar für Kinderschokolade. Ich werde jetzt einfach schlafen gehen und um 2.33 Uhr wieder aufstehen und mein Gebet machen und dann weiterschlafen. Gute Nacht, die letzte Ramadan-Nacht. Dieser Tag ist irgendwie viel zu schnell vorbeigegangen. Ich war heute Morgen beim Zahnarzt, dann bin ich zu Studio gefahren und habe geschnitten, gehungert, gehungert, gehungert Rückenschmerzen bekommen. Und jetzt bin ich schon wieder zu Hause und es ist 20.05 Uhr. Ich habe es in anderthalb Stunden einfach mal vier Tage lang geschafft. Dann ist es vorbei. In anderthalb Stunden kann ich wieder Essen trinken, wann ich will, wie ich will, so viel ich will. Ich habe es ganz vergessen. Ich habe heute meine zweite Challenge bestanden. Nicht ganz so, wie sie, glaube ich, gemeint war, aber doch schon bestanden. Ich wollte eigentlich was zu Essen kaufen und nach dem Obdachlosen suchen. Aber weil ich kaum Obdachlose sehe, dachte ich, jetzt kaufe ich Essen, was dann irgendwie schlecht wird oder so. Deswegen habe ich mir fünf Euro in die Brusttasche gepackt und als dann jemand kam mit einem Becher und nach Kleingeld gefragt hat, habe ich die fünf Euro reingemacht und die Person hat sich so gefreut. Und ich habe mich super gefreut, weil die sich gefreut hat. Und es war echt gut. Es war wirklich ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Und es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Vier Tage Ramadan, vier Tage Ramadan. Vanessa schafft alles, was sie sich vornimmt. Und noch nie hat mir eine Dattel so gut geschmeckt. Oh, ich habe richtig Gänsehaut. Zur Feier des Tages habe ich mir Essen bestellt. Ich habe es mir auch verdient. Und ich werde jetzt essen. Ich habe es geschafft, vier Tage lang zu fasten und das war gar nicht mal so einfach. Ich war mir immer darüber im Klaren, was der Islam ist und was diese Religion so mit sich bringt. Aber mal reinzutreten in diese Welt und das mal selber auszuprobieren, das war echt mal was ganz anderes. Allein, dass man sich so viel über den Ramadan belesen hat, hat mir so viel geholfen, diese Religion viel mehr zu verstehen. Auch wenn jetzt Moslems nicht wissen, dass ich sie besser verstehe, ist es ein gutes Gefühl für mich zu wissen, dass ich sie jetzt besser verstehe. Natürlich kann man nicht nach vier Tagen sagen, dass man jetzt eine Religion versteht oder irgendwie den Hintergrund oder warum man dieser Religion auch folgt. Aber es ist wirklich schon ein guter Schritt in diese Richtung. Negative Erfahrungen im Ramadan? Der Hunger ist schon ziemlich hart und der Durst auch. Es ist, glaube ich, einer der größten Challenges, die man sich selber stellen kann. Denn dein Körper möchte die ganze Zeit trinken und essen und du verwehrst ihm das. Und dein Körper versteht aber nicht, warum. Und da schaltet sich der Geist ein. Und das war auch eine krasse Erfahrung, was der Geist mit dir machen kann. Du bist zu Dingen in der Lage, zu denen du dachtest, dass du es niemals schaffst. Und am Ende des Tages, wenn man etwas isst, isst man glücklich. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich mal dieser Religion zu öffnen, etwas mal auszuprobieren, was diese Religion praktiziert und für sich die Erfahrung rauszuziehen. Man kann nicht am Anfang sagen, Ramadan ist doof, wenn man es nie ausprobiert hat. Learning by doing. Wenn du etwas verstehen möchtest, musst du es ausprobieren. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich weiß, dass in diesem Jahr viele YouTuber den Ramadan getestet haben und ich jetzt nicht die Sache neu erfunden habe. Aber ich finde es cool, es auch mal gemacht zu haben. Und es war eine tolle Erfahrung. Und wenn ihr möchtet, dass ich öfter mal sowas teste, nicht nur Food, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auch mal, wie ihr das Video fandet. Konntet ihr meinen Leidensweg gut verfolgen? Ich hoffe, das kam richtig rüber und dass ihr Spaß hattet beim Zuschauen und nicht so viel Hunger bekommen habt. Und jetzt möchte ich euch bitten, bei den Datteltätern vorbeizuschauen, denn sie sind der Grund dafür, dass ich vier Tage lang hungern musste. Denn auf ihrem Kanal gibt es ein Video, in dem nicht nur ich faste, sondern auch Mirella und Marcel von den Datteltätern und B.A. Türkisch und Fräulein Chaos, glaube ich, auch. Und ansonsten fällt mir gerade keiner ein. Schaut aber auf jeden Fall unbedingt vorbei. Das Video ist der Hammer geworden. Und da könnt ihr nochmal andere Ansichten zu diesem Ramadan-Test sehen. Nicht nur meine hungernde Fresse, sondern auch andere hungernde Fressen. Und auf Mirellas Kanal gibt es auch noch ein Video zu dem Ramadan-Experiment. Also schaut da auch unbedingt vorbei. Grüßt sie ganz lieb von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja. Bis dann. Ich kann jetzt wieder essen, wann ich will. Und ich habe schwarze Haare. Und mein Tattoo-Vlog kommt bald. Also stay tuned. Und Sommerloch und so. Tschüss.